Der FC Union Berlin, Tabellensiebter, trifft heute auf unsere Eintracht, auf den Tabellenvierten. Herr Benni Köhler ist heute zu Gast. Benni, grüß dich. Links der Platz. Kostic könnte er mitnehmen. Den nimmt er mit. Achtung, Kostic kommt alleine vom Tor. Und der ist im Tor! Was ist denn hier los? Andres Silvan, Netz-Diener 1. 1-0 für die Eintracht. Was für ein toller Angriff. Ruse mit der Schusschance. Der Ball ist im Tor. Und der zählt. Ja, bin ich gespannt. Makoto Hasebe will dieses Foulspiel eigentlich haben. Schlussendlich landet der Ball bei Robert Andres. Der ganz zurück. Achtung zu Lute. Der geht rein. Der geht rein. Ich glaub's nicht. Was ist denn das? Tor für die Eintracht. Ein Eigentor. Was für eins. 2 gegen 1. Silva und Kostic. Kostic, was macht der? Spielt der quer? Er spielt quer. Silva 1 gegen 1 gegen den Torwart. Nochmal aufgezogen. Silva. Nochmal quer gespielt. Bringt es aufs Tor. Tor! Sie spielen es fertig. 3-1. Föhn, die Eintracht lässt den Ball jetzt gut laufen. Achtung, Silva. Silva mit einer Schusschance. Tor! Was für eine Wahnsinnskombination von der Eintracht. Silva macht das 4-1. Wo sind wir hier, Benni? Wo sind wir hier? Ja, beim 4-1. Flankt jetzt auf den zweiten Pfosten. Da ist Kruse. Der köpft quer. Der köpft ihn rein. Max Kruse macht das 4-2. Die Eintracht zuschläfrig verteidigt. Was haben wir hier für ein Spiel gesehen? Da muss man erst mal durchschnaufen. Achtung, Kruse. Toller Ball auf die rechte Seite. Es gibt eine Chance für Boyampal. Oh, Riesenchance, Riesenparade, Kevin Trapp. Fehler vom Knoche. Achtung, Schusschance von Zuber. Zuber alleine spielt quer. Chandler, Tor! 5-2. Und Schönheit, viele Tore, ne? Und Eintracht gewinnt.